ich glaube ich möchte die haben ich hätte nämlich das gefühl nicht los dass ich die vielleicht doch nicht sogar noch mehr verwenden kann sieht nicht so aus als könnte ich dahin hindurch gelangen ok der Aufzug ist im sechsten Stock schnell hohohoho Alter Skullschuss nicht sicher sterben ey alter Faller ey die Waffe werde ich jetzt erstmal behalten bis ich äh bis ich die Möglichkeit hab ähm noch sogar vielleicht eine bessere Waffe zu kriegen je nachdem scheiße ich höre da noch was muss in den sechsten Stock Moment wo bin ich denn jetzt hier Ah Aha Will ich hier wirklich hin? Nein Aber ich hab auch nicht großartig ne Wahl Ich hab auch nicht mehr ja ich bin Olive das ist dass ich ehrlich bin ja ich bin dann war ich die erst mal wieder für ein paar Schüsse auf ganz gut ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch wenn ich hier in einem unbekannten Raum gehe ja 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 der Sternwälder soll herkommen kein Problem mit euch abzuknallen da ist noch was und zwar ist die Stolmonie Bruchspotgewehr die das ist doch noch etwas etwas das ist politisch technisches und auch noch was ja das habe ich nicht noch zu die Lauer hier durch die Euro jetzt als ein gesammelt habe Energie habe ich ja jetzt auch erstmal wieder, zumindest kräutertechnisch. Das Geräusch gefiel mir gerade nicht, was ich gesehen habe, äh, gehört habe. Ohne Scheiß, diese Mist sicher, die gehen wir langsam auf den Face, ey. Alter, ey, ich bin froh, dass ich hier raus bin, der Karte wird, gibt auch die Welt, alter, oh, äh, ja, gibt das, soll man hier, ja, gibt das? Da ist noch was. Ich glaube, da war sogar noch einer. Oh, ich meine, werde ich schon die Gelegenheit haben, die nutzt sich aus. Dom. Das wollte ich eigentlich gar nicht, ich wollte da rüber. Okay, Munition habe ich da voll. Nimmst du das wohl? Junge, ey. Dankeschön. Es riecht hier nach Entweder nach Boss oder nach Extremgegnern, die ich gleich in die Fresse kriegen werde. Einer von beiden. Weil wenn ich hier mit so viel Munition und so viel Energie hier aufbombardiert, oder? Geht. Sterben. Haut ab! Boah. Das war in allerletzter Sekunde gerade. Nein. Nein. Warum schießt du nicht? Oh ja, die Select-Taste will ich auch gerade. Jetzt reicht's mir. Hier. Habt Granate. Ja, genau. Insta- Alter, willst du mich verarschen? Insta-Till? Willst du mich verarschen? Alter. Okay. Ihr wollt unbedingt das Spielchen treiben? Gut. Kein Problem. Und Energie dürfte ich eigentlich Nicht, äh, jetzt hier einsammeln. Also, das Kraut benutzen. So, jetzt hab ich das Wort, das kann. Herr Ratz. Herr Ratz. Das war das. So, und jetzt werden diese Wichsviecher sterben. Ist mir egal wie. Ach, komm schon. Sie sind gleich da. Sie sind hier. Ich glaube, sie kommen deine dwingen. Sie finden dich süß. Ja. Ich stehe mich, doch Monster. Na? Heute schon das Wort? Schieß doch! Dankeschön. Danke. 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 Ich seh nichts. Habtgranate. Das ist aber mal schön, wenn du ausweichen würdest, dumm Backe. Oh, geht mir nicht auf den... Piss. Dankeschön. Mehr wollte ich doch gar nicht. Scheiß drauf. Tschüss. Bei so vielen Gegnern. Ja, genau. Hm? Bei so vielen Gegnern. Ich komm mir grad so verarscht vor. Lass mich grad nicht, da will ich jetzt die ganze Scheiße erst mal vorne machen. War ja klar. War ja klar. Ich hasse das. So, sagen wir nicht, ich nehme die ganze Scheiße noch mal ein. Ich habe aber sonst nichts Besseres zu tun. Boah, diese Drecksfücher, ich hasse die, ey. Das war's gar nicht geplant, aber es war geil. Nein, warum habe ich das... Das war's gar nicht. Oh, jetzt lauf doch. Boom! Fress, Wöll. Ja. 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 Was ist das? Oh! Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintwag im Geschichtsbuch. Ich war noch nicht so froh darüber, dass ich hier durch bin, ohne Scheiß. Wir haben getan, was wir konnten, oder? Hoffentlich. Tja, vergiss nicht das Hummer-Essen, was du mir schuldest. Habe ich jemals ein Versprechen gebrochen? Ich brauche Energie. Ich brauche dringend Energie. Ich bin hier sonst definitiv gleich kräftig am Arsch, ey. Schon ist denn hier gar nichts? Ach, er leckt mich doch. Nein, wir müssen los! Okay, die Dame zuerst! Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das gefällt mir nicht. Die Stadt ist so hell. 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 Ja, ich hab Scheiße gespielt. Das hab ich gerade selber gesehen. Wenigstens wurde abgespeichert. Ich mach das aber lieber noch einmal zusätzlich. Und ja, beim nächsten Mal geht es dann hier an der Stelle weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich kann auch eigentlich nur noch folgendes sagen. Bis dahin. Tschau, tschau.